Ja und damit herzlich zurück, wir sind hier an unserem letzten Speicherpunkt, den Kamm haben wir so halb passiert und jetzt müssen wir in dieses Weiß-Griesen-Land und Weiß heißt Schnee, Grieß heißt Schneefeld und jetzt geht es nach Port Saronia. Kapitel 7 Fürst und Schurke Was ist das? Ich habe nur herausgestellt, die ganze Stadt scheint zu haben, eine Plotenzigung über sie zu haben. Was ist das, dass es eine die nöten Mirage hier in Saronia gibt? Da ist es dicht. Bleibt ihr jetzt abholen. Hey! Was ist das? Ich dachte, dass du etwas erwart станst? Es ist so kalt. Ich dachte, es wäre wärmer in dieser Stadt, aber es ist nicht. Nicht wirklich. Was ich aufstehen? Ich bin sorry. Du bist so wunderschön. Warum sollst du eine Katze sagen? Aber du solltest du gesehen, der Gesicht auf der Gesicht hat. Das hat mir gefühlt. Seitdem es unsere erste Mal hier ist, wollen wir fragen und versuchen, mehr über den Ort zu lernen. Klar. Für alle angehenden Weltverbesserer. Aller Anfang ist der Bürgerrang. Um ein Schöpfer werden zu können, muss ein Bürger einer Föderationsstadt zunächst einmal seinen Rang erhöhen. Das geht auf verschiedene Arten. Durch Leitung einer Institution, Instandhaltung städtischer Einrichtungen, Anwerbung neuer Föderationsmitglieder, mit anderen Worten gemeinnützige Arbeit für die Föderation wird belohnt. Und je höher der Bürgerrang, desto mehr Vorteile hat man. Also ran an den Rang. Kleiner Spoiler. Das klingt leicht sowjetisch. Kommt in die Kathedrale und werdet zu Schöpfern. Alle Bürger, die den nötigen Rang erreicht haben, werden in die nächste Kathedrale eingeladen, wo sie als Schöpfer offiziell in die Bahamutarmee aufgenommen werden und fortan die Erlaubnis erhalten, im Palast zu leben. Wer seinen Dienst für die Föderation leistet, der verbringt sein ganzes Leben in Frieden. Schöpfern wird es an nichts fehlen. Worauf warten sie noch? Wer noch höher hinaus will aufgepasst? Sind sie auch der Meinung, dass das sorgenfreie Dasein als Schöpfer noch nicht alles im Leben gewesen sein kann? Wer sich in der Bahamutarmee ganz besonders verdient macht, den erwartet ein sogar noch höherer Rang. Wer träumt nicht davon, auf einer Stufe mit dem Boden zu stehen? Seien sie zur Stelle und sichern sie sich das wahre Glück in der Föderation. Ja. Alles klar. Wir schauen mal kurz in die Karte rein. Hier unten ist unser Tor. Hier oben geht es weiter in die Kathedrale. Und wo ging es jetzt nach draußen? Wir sollen uns sowieso unterhalten. Dann gehen wir mal zur Frau Nuddeltopfkopf. Kannst du es glauben? Wenn wir unsere civische Rang, können wir den Rest unserer Leben in einem Kastel, für nichts zu spenden. Ich muss auf meine eigene Rang, wenn ich ein Architekt sein will. Ich liebe mich über meine civische Rang. Normalerweise würde ich nicht zwei Schöpfe von Chocobos-Tailfeder geben. Nun, dass die Föderation dich an die Flügel sendet, wenn du ihn nicht versuchen kannst. Ich habe eine Wahl. Und da sehen wir auch den ersten, der nicht zufrieden ist mit seinem Bürgerrang. Okay, bei dem Schaf würde ich mir auch Sorgen machen, ob es das denn so gut ist. Okay, von hier sind wir gekommen. Und wir laufen jetzt mal... Sind wir von da gekommen? Okay, Griesenflachland. Nicht Griesenflachland. Oder Land Griesenflach. Irgend so was. Okay, wo geht's hier hin? In das Armenviertel. Ja, wie in einer Riesenmetropole sollte man sich auch immer mal die Kehrseite der Medaille anschauen. Und nicht nur den Luxus hier in einigen Städten. Wie als Beispiel L.A. Was ist mit diesem Ort passiert? Ich weiß. Wie kann es so unterschiedlich aus der nächsten Räufe sein? Seitdem Saronia die Föderation mitgebracht hat, sind Dinge hier umgekehrt. Was könnte die Thane denken? Ich weiß nicht, dass sie mit der Föderation mitgebracht haben. Ich glaube, dass ich jetzt beginne zu sehen, was die Prinzessin Sarah besagt hat. Also, für heute. Warum können wir nicht, wenn wir mit dem Thane reden reden, über die League of S? Wahrscheinlich habe ich mich verletzt. Aber versuche ich zu sehen, was du hier gesagt hast. Uh, sicher. Es sieht aus wie die Dane ist, die sehr tipptisch auf der Stadt. Lass uns das rausgehen. Okay, dann erklimmen wir mal die Burg. Und werden den Schöpfen mal zeigen, was wir hier als Geschwister zu erreichen. Okay. Ja. 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 Ich habe sie bereits gesagt, dass die Thane mein Papa ist. Ich kann nicht mit meinem eigenen Blut sprechen sprechen. Ich weiß nicht, wer du sein soll, weil du ihn nicht sehen kannst. Was? Was? Ja, Sie sehen, Herr. Wir sind hier, um die Thane zu treffen. Auf behalf der Prinzessin Sarah von Cornelia. Ja. 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 noch 3.500 hp unserem freund hier abziehen das ging alles resistent so wie immer und er macht nicht gerade wenig schaden will es mich gerade wir haben ich jetzt wirklich gerade ich sag mal so verarschen da dies noch mal dran wunderbar die macht gar nicht so wenig schaden aber von meinen miragen sind fast alle am ende und ich hoffe es nicht die jetzt noch ich habe keine mega ne fischsuppe gegengift goldene sandrohr das bringt uns alles nichts super dran hätten wir noch halt eines gruppenmitglieds allheilmittel nehme muriakraut amnes hier halt alles nur ja und kann jetzt nur angreifen und hoffen dass wir uns noch mal stapeln können wenn ihr jetzt jemand anderes angreift jawohl so nicht einfach gegenstände ist super dran da haben wir sieben stück das ist gut und er ist sowieso gegen alles resistent also reicht einfach nur ein normaler angriff hier das kann aber nicht alles gewesen sein und wenn dann ist es ein sehr sehr schwacher der diener der bahamut amnes ach jetzt war es wieder turmbrescher ein glück stapeln gegenstände supertrank dann sind wir auch mal in den genuss gekommen unsere supertränke nutzen zu können volltreffer sind natürlich immer gut noch eine gift lanzen hat das war klar aber das war es jetzt für ihn das hätte er am anfang machen sollen der hat bestimmt nur noch ein ap gehabt 4400 ep unser mini pudding ist schon stu 7 3 einmal kristalle und eine mega phoenix das ist schön die alma kristalle können wir uns dann auch später im kolosseum holen woi 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 Ritter mit der goldenen Maske, mit der Goldmaske. KILLER CAT Mehr sein als Schein. Die Gäste würden uns kassieren. Ist das ein Sign, der nicht zu beantworten wird, dass es keine Art und Weise gibt, dass die Pfeife allein sind? Hehehe... Das war zu nahe. Das ist eigentlich der Ritter mit der Goldmaske und einem Bein. Huh? Is that coming out of the sky? Look at me! I wanna have a the turn! Hey! Redia! You should have a look too! How do you explain this? Don't expect any help from me on that one. After all, not even the visitor who left those monocles at my inn could tell me exactly what it's showing us or how. From what I was told, every member state in the Federation is trussed up like this. So, I thought I'd bring the lenses here, but maybe I didn't have to. The Thane was visibly crazy. What in Grimoire is going on? Okay, guess we'll file that one under no one knows. So, what do we do? We came here to ask about the League of S, but all we found was a lot more questions. Sorry, did you say the League of S? That's right. Oh, if that's all it is, then maybe I can help you out. You can? Oh, sure. I know a few people right here in Saronia who should be able to get in touch with the League. I'll ask them to pass on your message. Do you mean it? Thank you! Charlotte has been around a lot longer than she looks, so she knows tons of people. Isn't that great? Don't you talk about my age. Yeah, man should never talk about the catamorphosis. That is a very long story that I don't feel like telling you. But I will say this. Cats get around. Huh? Yep. Oh, that's cool. Yep. So, the real question is, what are you two planning to bite off next? We've still got a lot to puzzle over. But now that the League of S thing is settled, I think we'd better resume our quest to find mirages. Yeah. Plus, we've got that castle. And mom to track down along the way, too. Sounds pretty good to me. From here, the best place to go next would have to be the low seas. In which case, you basically have no choice but to find a boat down at the docks. I guess this is the last town on the continent. Okay, then. We'll figure something out. So, what about you two? Are you coming back to the Solace, Rephia? The wolves have been taken care of now. So, the only thing to fight off is the cold. Sure. I need some time to digest this business with Uncle Taka. The Solace sounds great. If you'll have me. Of course I will. Well, you two? Thank you so much for everything. Best of luck in all your adventures. Thanks. Take care. Hey, Sherlotta. Thanks for stepping in to help. Sure. Speaking of stepping in, I don't suppose you were planning to make it up to me. We're tracking on my tail. Oh. So. That really was you. Gosh, I was kind of hoping you forget. Tja, eine Katze vergiss nie. Ich habe ein paar magische Monocle erhalten. Riffias' Heldenemblem wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. Ja, wir möchten speichern. Und dann schauen wir auch mal in das Zimmer rein des Mädchens. Weil ich glaube, die Heldenembleme schalten dann auch Fähigkeiten frei, die man dann so nebenbei nutzen kann. Die sich dann mit der Zeit aufladen. Okay, jetzt müssten wir hier nochmal nach dem Boot rumfragen. Grimoire ist voll von all kinds of weird Mirages. Some even disguised themselves as treasure chests. They say that once you run into one of those nasty, there's no way to escape. Ah, und da hätten wir auch hier oben schon die erste. Oder? Ne? Ach ne, wir können doch, wenn wir dastehen, drauf zugreifen. Du hast Okkult-Fan-Ausgabe 2 erhalten. Ja, dann schauen wir mal nach. Bei unseren wichtigen Gegenständen. Unsere Recherchen nach soll das ganze Deck mit Gold überzogen sein. Und der Fahrt vor Schätzen nur so überquillend. Es gab nur einen Weg, der war halt auf den Grund zu gehen. Und so starren wir in See, um dieses Schiff unsere Räume zu finden. Doch dann verriet uns ein Fischer etwas Ungeheuerliches. Tatsächlich soll noch jemand das Schatzschiff jemals draußen auf See gesehen haben. Noch niemand. Ja, hier geht es dann um ein Schatzschiff. Aber nur eine Fan-Ausgabe. Kein Original. Diese Plagiate hier. Gut. Ähm, unser Miraboard. Schauen wir mal rein. Wir können auf alle Fälle unseren kleinen, süßen Fuchs, unsere Dunkelkralle, verstärken. Und wir hätten jetzt nur noch zur Auswahl ausweichen oder ausweichen. Und ich nehme mal ausweichen. Gut. Wen haben wir jetzt? Mini-Pudding. Zehn Punkte. Zehn Stück. Prismasentisch auch gut. Voraussetzung Stufe 18. Na, das geht ja dann relativ schnell. Wir machen erst mal Aqua. So, dann hätten wir noch sechs, vier, vier magischen Wasserschaden zu unverursacht. Gemacht. Das ist gut. Das erlernen wir auch gleich. Natürlich, dass wir uns zwischen den einzelnen Elementen immer etwas hin und her bewegen können. Unser Schneefleckchen ist auch schon sehr weit. Und ja, wir machen das. Schneesturm können wir machen. Aber wir machen da noch das Prisma dazu. Tamar haben wir auch noch, die wir verstärken können. Und die Brauch. Okay, das wissen wir noch nicht. Das wird dann erst im Laufe des Spiels dann noch kommen. Wir hätten noch ein freies Feld oder die Volltrefferquote erhöhen oder den Magieangriff erhöhen. Und Magieangriff ist natürlich etwas. Hast Synchronität erreicht. Jetzt habe ich das weggedrückt. Und habe das gar nicht. Achso, 25% Synchronität haben wir erreicht. Bei ihr. Das ist gut. Eine neue Fähigkeit einpflanzen. Wir hätten Eisblitzvita-Vitalsamen. Erhöht maximale TP. Ich denke mal, die können wir dann alle später irgendwann nochmal so kriegen. Wir nehmen mal Eis mit rein. Eis wurde eingepflanzt. Baby-Mod hat drei. Das heißt, wir könnten jetzt unsere Abwehr nochmal erhöhen. Oder unsere Stärke. Ich würde hier fast sagen... Achso. Ah, ich muss gleich mal was schauen. Fähigkeiten. Ich glaube nämlich, dass was hier steht, in den Eigenschaften, diese Sternchen, sagt dann Stärke. Fünf Sterne heißt, fünf Punkte auf Stärke dazu. Das ist natürlich... Wäre übersichtlich. So, unsere rechte Klaue. Unsere rechte Klaue. Junge, Junge, Junge. Hat die hier noch was vor sich? Physischen Schaden zu. Und vorsacht Schlaf. Sturzkraft. Mittel. Fügt dein Gegner nicht tödlichen physischen Schaden zu. Hm. Ist auch geil. Nicht tödlich. Das heißt, ein HP bleibt stehen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, er war das auch mit Hintertgegner an der Flucht. Und kostet uns bis dahin nur fünf Punkte. Heute ein Schaden von linken Klaue-Attacken der Gruppenmitglieder. Oh, eine Synchronität. Das ist ja mal klasse. Und dann haben wir hier bestimmt... Links. Genau. Die linke Kralle. Das ist natürlich klasse. Das ist wirklich... Das machen wir jetzt auch. In die Richtung gehen. Denn dadurch können wir dann unsere Kralle, eine linke und eine rechte machen. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann machen wir noch Kaktrin. Und dann machen wir hier natürlich Geschwindigkeit, so wie es sich für einen ordentlichen Kaktus gehört. So, Sylvie, machen wir mal Hebzustandsveränderung eines Gruppenglieds auf. Das ist auch sehr, sehr nice. Nicht-Elementar-Magieschaden. Und oben Balance. Verbessert Stabilität. Was machen wir jetzt? Kitzeln oder machen wir Kurieren? Ich glaube, Kurieren ist gerade etwas besser. So, Schwebauke hat wieder drei Punkte. Ultimativen Vogel steigert eigenen Magieangriff. Das zählt aber nur als Attacke. So, Magieangriff. Haben wir noch wen? Ne, jetzt haben wir alle durch. Gut, wunderbar. So, wir sollen uns hier dann nach dem Schiff umsehen. Aber ich würde sagen, dass wir uns erstmal ganz ruhig verhalten und nicht zu verstürzen. Und wir machen erstmal zurück. Bevor wir uns hier um unsere tollen Bewohner im Port, so, Saronia, Saronia unterhalten. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal. Warte, ich kann es hier machen, ne? Ne, hier gibt es doch was. Gibt es da auch, ne? Ich kann doch mich doch hier und da. Ähm, ne. Ich speichere und ich sage, morgen werden wir uns hier nochmal kurz aufhalten, nochmal in das Zimmer des geheimen Mädchens gehen und uns dann danach mit unserer Bootsangelegenheit etwas weiter fortschreiten in Richtung Tiefensee. Ihr könnt rechts abonnieren und links das nächste Video sehen, was wahrscheinlich den Titel trägt. Auf nach Tiefensee. Bis dahin, euer Rico und viel Spaß.